Grüß Gott, Mahlzeit und Hallo! Servus Freunde! Ich wollte eigentlich das Kanu, Kajak, Schlauchboot, Dosenbier Video 2020 direkt abspielen, ohne groß irgendwie was davor zu labern, weil es soll ja irgendwo zusammenhängen. Aber eine erfreuliche Begebenheit kann ich jetzt mitteilen. Und zwar haben wir es geschafft. Ich habe jetzt seit 100 Abonnenten. Klingt erstmal nicht viel, es ist gerade was runtergefallen. Klingt erstmal nicht viel, aber ich finde trotzdem für dieses kleine Spaßprojekt, was ich letztes Jahr angefangen habe, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Und deswegen dachte ich mir, da muss ich jetzt trotzdem mal ein, zwei, drei Sätze zu sagen. Ich habe mir nämlich eine Kleinigkeit ausgedacht. Beim ersten Video habt ihr es vielleicht schon gesehen im Intro. Ich habe hier eine schicke, eine richtig schicke Grubi-Sign-Kanal-Tasse machen lassen. Eine E-Mail-Tasse für Camping, Outdoor-Geschichten und sonstige Sachen. Die werde ich jetzt dem 100. Abonnenten zukommen lassen. Ich habe auch schon ausfindig gemacht, wer es ist. In diesem Sinne sage ich schon mal Danke. Und das Ding ist für dich. Jetzt machen wir aber nicht lang rum. Wir legen gleich los mit dem zweiten Teil Boots-Tour-Kajak-Tour 2020. Auf geht's! Aber wir έχει doch auch schon mal matrices, auch eine Szene. Und das ist, dass wir die violin Quartiertelungen essen sollen. Auch dann sind wir beim ersten Punkt dabei. tengo ging ¿Çra was heartache? Und das eben nicht mit meinem Rebellion guerren, bei die mein Ducard augegnOOM ist. Und zwar mit dem dr 1948 gibt Price, bis zumwayen und das幅 Dante durchf 44%, überhaupt keine Ebene die Tatm cho mí? �'s herrückende April $505. Und zwar ihr da die Tisch, immer wieder zugerschnitten wird? So Freunde, Tag Nummer 2 ist angebrochen, wir haben jetzt kurz vor 12 und fahren weiter. Es ist jetzt noch kein Regen, ich bringe mir die Daumen, bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich weiß aber nicht, ob ich dich damit erwische. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Verdammt, ich fahre zu schnell! Ich hätte ein wenig langsamer fahren müssen, dann hätte ich den Fall so richtig schicker auf eine Kamera gehabt. Man hat es immer ganz zäh, aber der ist gerade ins Wasser gefallen. Musik 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 damit es in den Stieg kommt. Er ist ins Wasser gefallen. Ich hoffe es. Doch. Ich habe zumindest das Hüpfen noch drauf. Ja. Ist es okay? Hä? Ja. Das hat auf jeden Fall geschmeidiger Ausschau wie bei dir. Das hat geschmeidiger Ausschau als bei dir. Was hast du gesagt? Warum? Warum? Ganz so herkommen. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Ah je, ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Prost. Tschüss. Komm, erzähl. Komm, erzähl. Komm, mir hört keiner zu. Was blickt denn da so hoch? Bring dir noch was. Warte, das kann ich nicht aufstellen. Komm. So. Machen wir weiter. Endlich scheint die Sonne. Ich werde geklopft. Endlich scheint die Sonne, ich werde geklopft. Oh, 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 oh. Sorry. Das ist genug. Es geht raus. Das war das Schwerste. Das ist ein Hammer. Ich bin da. Es hat die Sonne. So, wir werden jetzt die Sonne. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Der Schritt, in오. Die Sonne.